In meinem neuesten Video möchte ich euch eine kleine Vorschau zum morgigen Update zeigen, welches die Entwickler auf Twitter geteilt haben. Auf dem Screenshot, der auch von der offiziellen englischen Die Sims-Seite geteilt wurde, kann man zwei neue roboterartige Kostüme erkennen, welche es wohl mit dem neuen Oktober-Update geben wird. Dieses gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal für männliche sowie weibliche Sims. Passt aber auf, die anderen Objekte im Hintergrund sind nicht neu, sondern stammen aus dem Grusel-Accessoire-Pack. Ob andere neue Objekte bereitstehen werden, ist derzeit aber noch unklar, morgen um 19 Uhr wird das Update für alle Spieler ausgerollt. Falls es noch andere Inhalte geben wird, fasse ich euch alles in einem neuen Video zusammen, ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder einen kurzen Stream veranstalten, da mir das wirklich viel Spaß gemacht hat. Was denkt ihr über die zwei neuen Outfits? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!